Überraschung! Was ist mit Casey? Casey hat sich verändert. Wer ist dieses Mädchen? Die sieht genauso aus wie ich. Und was genau plant Brett? Der will irgendwas. Romantisch wird es sicher nicht. Casey kickt den Valentinstag. Das extra lange Special mit vier Folgen am Stück. Wir zwei wären wie Romeo und Julia. Casey Undercover. Der Start der neuen Folgen. Sonntag ab 14.55 Uhr.